Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz anderen Video, nicht zu einer Story-Folge Ihr seht es, wir befinden uns da am Kanal von mir Heute gibt es einmal wieder ein kleines Infovideo, das hat es schon lange nicht mehr wirklich gegeben Und zwar, was es auch schon lange nicht mehr gegeben hat, dass wir ein Projekt recht schnell wieder beenden, nachdem wir es angefangen haben Weil seit was wir starten, was ich damals angefangen habe, das war zwar weit nicht geplant, dass das so arg und lang wird und alles Aber das hat sich einfach so entwickelt, das hat mir auch gefallen Und ich hätte auch gerne wieder so ein langes Projekt Allerdings wird das nicht der Hofgneusl in Läderbruch sein Ja, der Hofgneusl, der hat seine letzte Folge gehabt, mit der 7. Folge, was gestern gekommen ist Ich werde jetzt kein Video mehr aufnehmen, weil es wird jetzt nichts mehr kommen Mit Hofgneusl ist es vorbei, ich werde Videos zwar online lassen, aber aus und vorbei ist es mit Hofgneusl Ja, wir werden ein neues Projekt anfangen Auf der Läderbruch auch wieder Ja, zuerst war die Story ja so geplant gewesen Hofgneusl quasi, das ist der Hof für meine Eltern Ich bin da jetzt der Zeil, solange es mir Spaß macht und bis mein Mapping-Projekt fertig ist, was ich mache Und dann hätte ich den Erfolg gehabt, dass ich mir auf der Karte dann meinen eigenen Hof kaufe Weil ich den Fall nicht bekomme, weil ich einen Bruder auch noch auf dem Hof Und der hat dann den Hof gekriegt und ein paar Jahre später kaufe mir ich meinen eigenen Hof eben auf der Adomap Und dann geht's Projekt weiter Einfach so mit, keine Ahnung, dann haben wir Folge 30, 40 oder was auch immer Und dann geht's einfach weiter, weil es ja die gleiche Story ist So war der Plan gewesen, so hätte ich das vorher gehabt Oder wir fangen an eine neue Szene an, aber es hängt auf jeden Fall die Story zusammen So war halt's geplant gewesen, das Ganze Ja Ähm Jetzt ist das Ganze ein wenig anders Ähm Ich komme einfach momentan nicht dazu, da ich bei meinem Mapping-Projekt weiter tue Die Motivation ist auch nicht recht da dafür Ähm Und außerdem gefällt mir Tellerbach doch mehr als ich anfangs gedacht Weil ich war am Anfang doch hiebs skeptisch, dass ich ewig auf der Adokarten spielen mag Einfach weil sich sehr viel geändert hat und grad das Höfe mäßig und alles das haben wir in der Map Vorstellung gehabt Äh das ist halt einfach so eine Sache Aber wenn man Landschaft mäßig und Details mäßig und Deko mäßig ist die Map trotzdem wirklich gut geworden Vor allem Deko-Footage mäßig, also diese Abwechslung auf der kompletten Map, dass überall was anderes steht Du weißt ja, das ist brutal schön geworden Über die Wälder lasst sie wieder streiten, davon halte ich nichts vor die Wälder, weil sie einfach zu leicht sind für mich Weil die Wälder bin ich sowieso ganz happig, da habe ich noch nie wirklich eine Karte gehabt, wie was mir gefallen hat Ähm Aber grundsätzlich so Landschaft mäßig ist es eine super schöne Map Und ich werde auf der Map auch länger bleiben. Allerdings in einem neuen Projekt Ja warum ich den neuen Projekt Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich nicht Quasi mein Hof denn was mich dann kauf Quasi die Story einfach mach Nicht schon früher, dass ich quasi den Hofnen gekriegt habe und nicht meinen eigenen Hof gekauf Allerdings Sollte es für die Story ja so sein, dass ich in Ehlerbach noch keinen kenne Und mich auch keiner kennt Ähm, es bleibt so ein Singleplayer-Projekt Also nicht, dass jetzt wer meinen, das wird ein Multiplayer-Projekt Weil ich gesagt habe, dass ich mich keiner kennt Aber es sollte ja einfach so sein, dass ich jetzt neuer in den Ort hier komme, weil ich meinen Hof gekauft habe dort Und wir werden da auch maschinenmäßig sehr veraltet sein Und viel nicht einmal haben Und wenn jetzt ich z.B. eine Maschine brauche, die ich nicht habe Kann ich da nicht hingehen und sagen Ja, die Leiche mal gerne von den Hof aus, weil den kenn ich schon so lange Weil in der Story jetzt, den Hof Gneisel da, kenn ich ja den Hof Da bin ich natürlich in Hof von meinen Eltern Dann den Hof Gruber kennen wir recht gut Die Biogas kennen wir recht gut Und von denen konnte man ja dann wohl immer schönen ausgleichen, was ich nicht habe Weil ich es ja schon so gut kenn Das war einmal das erste Problem Ähm Und ja, es passt einfach nicht so ganz zusammen Ich krieg meinen Hof von meinen Eltern nicht Und deswegen kann es quasi einen Hof daneben Ähm Klar ist gegangen, aber Ja, das ist halt einfach, ich weiß nicht Deswegen tue ich es nicht Ähm Ich fang jetzt teure mässig nochmal voll Null an Also Wir werden da keine Vorgeschichte nicht haben Weil wie gesagt, Stabbach hängt nicht mehr zusammen Äh, weil es halt einfach, ja wie wir es damals gesagt haben Ein hübscher Durcheinander Und alles war zum Schluss zu will und alles Alles war ein schönes Projekt Ich sag mal, bis vor die Jahrhundert Die Letzten sind, war halt Motivation überhaupt nicht mehr da Und die Öfe hätten sie ehren sein, Hundertölfe Die wären halt nicht mehr gekommen Ja Ähm So ist es halt Es ist auf jeden Fall lang gegangen Das Projekt, es hat viel Spaß gemacht Auch euch, das hat mich auf jeden Fall gefreut Ähm Und ich gern wieder so langes Projekt Allerdings nicht auf Hof Gneisle Nellerbach Sondern auf Einen anderen Hof Ähm Eben da, wo wir jetzt dann hingehen Ja Ja, ähm Genau So schaut's aus Ja, jetzt Stabbach ist wirklich lang lang Hab ich gesagt, ich mein, da hab ich ja damals bei Folge 50 Mal gedacht, das ist dann bald einmal vorbei Aber auch nicht, da ist dann auch noch schön lang weitergegangen Mehr so ist es da heute sogar noch Ja Ich mein, früher wie der Kanal angefangen hat Haben wir das öfters gehabt Dass wir ein Projekt anfangen und dann wieder recht schnell aufhören Ich mein, da Das Ellerbach Projekt, da hat 23 Folgen gehabt Auf meiner selbstkonvertierten damals So ein Multiplayer Dann Haben wir die Singleplayer Projekte gehabt Mit 8 Folgen Dann haben wir die Projekte da gehabt Mit 7 Folgen Stabbach damals Auf meiner Auf der ersten Komplett Puschigen kommentierten Stabbach mit 11 oder 12 Folgen Nein, 11 waren's Das war alles noch nie wirklich lang Das hat der erste mit Stabbach angefangen Dass wir wirklich ein langes Projekt gehabt haben Weil da auch die ganzen 19er Projekte 19er war sowieso so Da hat es zum Teil nicht ein 2 oder 3 Videos gegeben Vom Projekt Da hat es sogar 5 viel gegeben Da wieder nicht ein 2 Ähm Ja, das war Gut, äh Ja Das gut heutzutage ist ja damals damals eh in Stabbach geredet Das heutzutage damals das langste Projekt war Was es gegeben hat auf meinem Kanal bisher Und nach 3 Jahren quasi Haben wir wieder einmal ein längeres Projekt zusammenbracht Weil heutzutage damals mit 25 Videos war das längste überhaupt Ja Da hat es angefangen die ganze Geschichte Da waren die Projekte Ich habe das nicht recht lange damals Ich habe das neue Projekt angefangen Das hat mir zwar nie gefallen Ähm Ich wollte da immer ein langes Projekt haben Was wirklich schön da hingeht Das ist durch Zufall mit Stabbach entstanden Das hat sich einfach so entwickelt Dass das lange da hingeht Weil einfach die Motivation und der Spaß Und als es da war Das hat mich auch gefreut Dass wir da einmal so ein Projekt zusammengebracht haben Ich möchte da wieder so ein Projekt zusammenbringen Allerdings Mal schauen was sich entwickelt Ich schätze einmal wenn man mit der Ansicht drangeht Ich will da jetzt wieder 100 Folgen oder mehr haben Wird sowieso nicht gesehen Wir sehen einfach mal was kommt Ich habe auf dem Hof jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Motivation Weil er einfach doch wieder viel mehr in meiner Größe ist Der Maschinenfuhrpark ist um einiges kleiner Ähm Wir haben viel Maschinen Das wird auch einmal etwas ganz Besonderes sein Das habe ich so in der Story auch noch nie gemacht Der Maschinenfuhrpark ist um sehr sehr viel kleiner Oder nicht äh Sehr sehr Ja Hübsch Ich meine wir haben jetzt auf dem Hof den Eisler auch eine 52er Saakombi gehabt Recht viel kleiner geht es eh nicht Und recht viel kleiner muss es auch nicht werden Weil dann wird es schon ein wenig übertrieben Auch fast wieder Aber so in etwa werden wir da auch wieder unterwegs sein Aber wir haben zum Beispiel auch immer wieder kein Frontmauwerk Wir haben netter Heckmauwerk Und auch netter einen kleinen Kreisel Ein kleines Schwoder Keinen Zweigreisel und nix Und natürlich auch net so viele Flächen und alles Ich habe diesmal einen Maschinenfuhrpark öde ausschauen lassen Ich habe dann eben vorhin schon einen Verschleißaufwetter und Abnutzung und einen Dreg Dass das ausschaut Und das wirklich öde war das Zeug Ja Also wir werden relativ allen Hof quasi vorfinden dann Ja und wann kommen dort Videos Das weiß ich noch net Ich habe mir nämlich überlegt ob vielleicht die Videos in Zukunft Sollen zwar schauen wir so häufig kommen Also sollen schon vier Videos in der Woche oder was kommen Aber ich habe mir überlegt ob man vielleicht das Ganze so macht dass die Videos vielleicht eh Nicht keinen fixen Tag mehr haben Eine fixe Uhrzeit das passt Äh vier Das würde ich beibehalten Allerdings Würde ich mir halt überlegt Ich habe mir halt überlegt Schreibt es auch gerne um eure Meinung in Kommentare Was sie es dazu sagt Ob Ähm Ob sie es das Äh Ob sie es wieder lieber fixe Tag haben möchtest wo das Projekt kommt Oder ob es äh Äh Auch gepasst war und das Projekt einfach kommt Wie ich Zeit habe Da denke ich halt mach ich die Da kriege ich mal vielleicht umfangreichere Folgen einmal zusammen Die was auch einmal Weil da gleich lang sollt die Schaule bleiben Zwischen 20 und 30 Minuten Aber Keine Ahnung haben halt noch Arbeit Zum machen oder was da ins Video rein sollt Äh wo das ja an dem Tag nicht mehr ausgeht für mich Ähm Und ich das dann erst am nächsten Tag aufnehme Dann kommt das Video vielleicht einen Tag später Ich weiß Nicht Ich Ich bin selber da noch einmal überlegen Schreibt es doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare Ich bin mir da selber noch nicht so sicher Weil eigentlich ist es auch wieder irgendwie Äh Äh Ja war ich nicht Irgendwie ja Aber irgendwie nein Da ist doch wieder irgendwo ein Blödsinn ist Äh weil dann Ja Ich weiß das Keine Ahnung Dann machen wir euch eine Meinung in die Kommentare Ich werde dazu noch einen Community Beitrag machen Wie auch die Uploadzeiten dann sind Ich Schätze Wahrscheinlich werden sie eh Die gewohnten vier Tage um eine Viere bleiben Außer es hätt's gerne andere Tage Schreibt es auch gerne einmal in die Kommentare Oder eben Äh Alles Quasi so wie es sich alles ausgeht Dann könnte es einmal sein Dass es einmal fünf zu Video in der Woche kommt Oder einmal nicht der drei Dafür werden die Folgen an und für sich umfangreicher sein Ähm Ähm Ja auch Aber ich weiß auch nicht was ich davon halten sollte Grundsätzlich finde es gut Wenn die Folgen ein wenig umfangreicher noch sind Und 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 Wenn ich immer weniger Zeit habe an einem Tag zu nachnehmen Das dann Nur einen zweiten Tag habe zu nachnehmen und so Aber Ja schreibt es euch gerne einmal in die Kommentare Ähm Ähm Dann haben wir euch eine Meinung in die Kommentare Ansonsten Äh Dein 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 Dein